So, Leute, wir sind zurück zu Episode 3 von, äh, 2. Staffel. Irgendwie krieg ich das nicht gebacken. Ja, wir sind jetzt in der 2. Folge, nee, in der 2. Staffel der 3. Folge, Punkt. Ja, halten wir es einfach so fest, ist vollkommen wurscht, wie ihr gehört habt. Natürlich ist Bolle wieder dabei und Spartan Ops ist nun mal eine Aktion, die man am besten Minimum zu zweit machen sollte. Ja, ich denke schon, keine Ahnung. Ich denke schon, ja, spielt keine Rolle. Jedenfalls werden wir jetzt, äh, weitermachen. Und ich denke mal, wir steigen einfach jetzt ins Spiel ein. Ja, mach mal. Warte, Marines Troop Hexor ist eingekestet und benötigt Unterstützung durch Spartans. Gut, sollen sie bekommen? Und werden sie bekommen. 3, 2, 1. Ja. So ist es, ne? Ich denke schon. Ganz genau, also das heißt, wir haben jetzt wieder so eine Art kleine Rettungsmission. Ach, natürlich. Nichts Besseres, bis jetzt gefällt mir eigentlich Spartan Ops. Ja, muss man sagen, macht Spaß, ne? Oh, schnell wählen, schnell wählen. Oh. Infinity, hier Hexor, stehen von allen Seiten unter Beschuss. Wir brauchen Verstärkungen, Nachschub. Scheiße, mir würde sogar eine Evakuierung reichen. Durchhalten, Hexor. Verstärkung ist gleich da. Cool. Direkt das erstmal mit Marines. Oh Gott. Wobei ich sagen muss, die werden bestimmt sterben. Echt? Pass auf, hier ist geschützt. Ich habe ihn reduziert. Komm, komm, hier. Okay. Nein. Nein. Was soll? Die werden aufgerieben. Ich höre schon die ersten Schreie. Ah, Assassination. Assassination. Okay. Ah, tot. Alles klar. Landungskapsel im Anflug. Okay. Oh. Hast du viele Granaten? Ja, jetzt kommt. Müssen wir gucken, dass wir die Elite erwischen. Die weg da. Tod. Ja. Gute Arbeit, Krimsen. Hexor, ich lege Sie fest unter den Befehl des Pferdes. Jetzt bin ich wieder da. Ja. Einfach geben Sie Feuerunterstützung. Verstanden, Commander. Okay, okay, okay. Ich schnappe dein Lichtgewehr. Aber da hinten auf der anderen Seite sind auch noch welche, ne? Okay, dann müssen wir die jetzt irgendwo in Ruhe lassen, erst mal. Assassination, kannst du es schaffen? Nee, das schaffe ich nicht mehr. Nein. Ich auch. Weißt, was ich hasse am meisten? Dieses Beben. Weißt, wenn du gerade am Laufen bist. Weil es bebte gerade und ich wollte gerade Assassination machen. Nein, Alter. Geh weg. Da ist unser Taxi bei Wings. Scheiße, ja. Ja, Assassination. Hinter uns, hinter uns. Mach Assassination. Ach so. Mach ich schon. Optimal. Na komm. Okay, okay, wir haben jetzt hier einen Ghost. Oh nein, oh nein. Da kommen wieder welche. Das ist erst mal die Elite hier, allerdings. So, hier auch noch. Das ist auch noch einer. So. Ah, schluch. Okay. Jetzt. Oh, oh, Jäger. Jäger. Alter. Verdammt. Ich gucke mal rein, ich gucke mal, ob die Baruka haben. Schicken Sie den Jungs einen Flieger. Okay, haben Sie, haben Sie, haben Sie. Er ist in zehn Sekunden da, Commander. So. Jetzt wird es brutal, ja. Boah. Boah. Alter, ich habe wirklich lange überlebt. Okay, macht der nichts. So. Der musste einfach jetzt weg. So, jetzt weiter im Taxi. Ich glaube, du bist ja ganz vorne, ne? Oh, ich bin tot. Okay, okay, okay. Bin tot. Bist wieder da? Egal, komm. Ich schaffe mal schon. Granate, Granate. Das ist gut. Bin tot. Nein, nein, jetzt aber. Weil ich will so schnell wie möglich unseren Marines helfen. So, Schnauze. Ich habe noch einen hier. Ah, tot. Den schaffst du. Den schaffst du. Hau, hau. Genau. Super. Das war aber noch nicht alles. Wasser bleiben. Feind der Mann. Oh, das habe ich richtig gehört. Dorten? Was macht das Exfiltrationsteam? Ich brauche nur eine Stelle zum Landen. Aber da unten ist die Hölle los. Clemson, säubern Sie den Ton von Feinden und verschaffen Sie den Leuten in Parkplatz. Das ist der Race. Er kam gerade an mir vorbei. Aufgepasst, da kommt ein Phantom angeflogen. Okay, okay, okay. Der ist bei mir. Was sehen? Ja, lenken wir ab. Wo hast du ihn? Pass auf, geh weg. Tod. Jawohl. Ab hier. Dann tut mir sie da. Uh, tot. Keine Ahnung. Aber tot. Äh, äh. Ah, lass mich wiederkommen. Komm, jetzt. Ah, der reibt unsere Marines um. Ah, was hat mich da erwischt jetzt? Verdammt. Tod. Gibt's doch gar nicht. Unsere Marines, ey. Tod. Die kommen aus allen Seiten, ey. Nein, nein. Oh, du bist tot. Bin wieder da. Hab ich. Versuch mal jetzt was ganz krankes. So, überfahren, weißt du. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Level mag ich überhaupt nicht. Doch, ich find's richtig, ähm, äh, wie heißt das, so ein bisschen Action geladen, das find ich auch gut. Ich mag keine Action. Alter, wir haben noch eine Menge hier. Ich gucke gerade durch die Gegend. Ja, war ja klar. Da sind wieder welche Eliten. Die sollte auch anders sein, ne? Das ist nicht verarscht, Alite. Na? Tod. Mach nichts. Hab ich ja da. Geht was schon. Ja, okay. Der respawn geht aber verdammt schnell. Ah. Ja, super. Alle unsere Leute sind tot. Ne, da leben noch welche. Da leben noch zwei Stück. Überfahren. Bist du das? Jo. Einfach weg da. Weg da, stirb. Nein, 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 nein. Ich will jetzt nicht so sterben. So. Oh, Alter. Ich muss schon sagen, zum Glück habe ich die Ghost. Aber ich sterbe jetzt. Oder, 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 oder. Alles klar. Noch ein paar Alice übrig. Ich markiere sie für sie. Was markiert der? Paar Allianza. Glaube ich. Einer ist noch da. Einen noch. Ja, da hinten noch. Ich bin gerade auf dem Weg. Na gut, Crimson. Ihr Flieger ist unterwegs. Zurück zur EZ. Na, okay. Ist nichts wichtig. Sicher? Ich glaube, wir müssen hoch. Pass auf, ich komme. Ich gehe mal mit hoch. Das ist wahrscheinlich ab. Zum Glück hatte ich die Ghost hier. Ey, ich habe so viele Leute überfahren. Ja, ist ja gut. Ich gehe mal voran, ja? Ja, ja, immerhin. Oh, ja, ja, klar. Okay, mein Tisch da. Tod. Er auch. Ich wüsste doch, was hier noch einer ist. Die nehmen wir mal mit. So. Ja, wen es haben zwei überlebt, weißt du? Besser als nichts, ey. Spartan Laser? Das steht hier nicht umsonst rum. Ich packe mir einfach mal einen ein. Obwohl. Einfach mal mitnehmen. Ja. Oh, gar nicht gut. Raus mit der Sprache. Phantoms, mehrere Mannflug auf Krimsons Position. Ja. Mehrere? Wirklich fair ist das nicht. Spartan Laser gibt es hier. Ja, nimm du das mal. Und hier ist ein Geschütz. Hier sind zwei Geschütze. Ah, jetzt gibt es Jetpacks. Tod. Okay, schlecht. 2, 1. Ach, wir müssen die Phantoms erledigen. Ja. Wusste ich doch nicht. Komm. Was bin ich denn hier? Unten? Unten ist auch noch viel los. Ja, sehe ich gerade. Ich bin tot. Boah, alter. Okay, das ist jetzt echt hart. Super. Ich glaube, wir beide auf einziehen, weil dann geht das schon. Wenn du jetzt bist, wo du bist. Okay, ich sehe dich. Ich sehe dich. Gut. Ah, tot. Alles klar. Ich finde das aber schon scheiße, dass wir da unten gelandet sind. Da kommt ein. Tot, 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 tot. Ist egal, wie viele Phantoms, lass uns. Gott, schell dich. Los, unter dem Dach. Ja, mal schnell nach oben, die Phantoms erledigen. Leider sind unsere Marines tot, ey. Aber doch, Clark. Ja, ist trotzdem scheiße. Wollte schon die Mission gut schaffen. So. Okay. Okay. Bist du da? Ich bin nicht ganz star. Bist du nicht da? Ich habe alles raus aus dem Spart-Laser, was ich habe. Da brauchen wir noch eine Menge. Ja, da brauchen wir noch eine Menge. Ja, hier war auch noch ein Spart-Laser. Okay. Der eine ist schon mal leer. Nächste. Okay, schieße auf den einen, das mal zusammen drauf. Okay. Jawohl. Hast du super. Nächste. Der ist auf der anderen Seite. Dreh jetzt hier keine Runden, Meister. Okay. Okay. Ah, der ist schon die Hälfte schon mal durch. Okay. Kommt noch zwei Schüsse. Tot. Das gibt's nicht. Er auch. Alles klar. Das war der letzte Fertelkommander. Wie schon gesagt, fair war das nicht. Und wo lang? Crimson, das war eine Such- und Rettungsmission. Haben Sie den Teil mit der Rettung vergessen? Das wären alle. Crimson, auf zum Abzugspunkt. Äh, wo lang muss man jetzt hoch? Bin ich jetzt total hoch? Hoch, ganz nah um. Naja, ich komme zu dir, warte, ich komme zu dir. Herrlich, ein Laufstation und bereit, Commander. Verstanden, Dalton. Das war's, Crimson. Ab nach Hause. Ja. Na komm. Ist natürlich doof gelaufen, aber, naja, kann man nichts machen. Das gibt's ja keinen. Wir sind erst bei zwölf Minuten und sechzehn. Also, das ist ja, ähm, wir rushen so fast durch, würde ich mal fast behaupten. Was? Ja, ist 15 Stück nur? Alter Schwede. Ja, irgendwie, ähm... Ja, ich habe einen Tief, ich habe einen Tief. Ne, nicht, deswegen. Ich meine jetzt von der Kampagnen-Minutenzahl, äh, schon lustig. Also, ich glaube, ich komme nicht hier, ich habe wieder 2.966 Punkte. Hey, Automatik-Schütze habe ich, Renegationsfeld habe ich, cool. Ja. Dann machst du das ja schon, Leute. Ja, das, das war's. Ja, äh, laut Spielzeit haben wir nur elf Minuten gebraucht. Boah, ist das krank, ey. Das ist schon echt, äh... Das ist schon mehr als... Ja, elf, siebzehn haben wir gebraucht. Ja, echt verwundert. Also, Leute, tut mir leid, dass die, äh, Folge so kurz ist. Aber da kann, können wir ja nichts für. Ne. Ja, und ich würde einfach mal sagen, ähm, sehen wir uns in der nächsten Folge, oder? Von der zweiten Staffel, die vierte Folge. Ganz genau. Also, Leute, sehen wir uns dann halt, klar, in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Ciao, ciao.